so gehen wir mal weiter hallöchen und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass du da bist aber erst eine starke aktion alles klar guck mal gib mal ausrufezeichen lörk ein dann passt es dann rutscht er nämlich in der spalte nämlich eine lörk rein passt das da wünsche ich dir auf jeden fall noch ein paar stündchen erholsam schlaf mein gott er dass die nicht fahre keiner so 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 und so 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 Das war's für heute. Fanta, moin moin, mein Lieber, na? Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Sorry, dass es leider nicht geklappt hat mit den ganzen Mods etc. Aber einige haben hier ein bisschen gesponnen. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade auf dem Weg nach Slowenien. Ja, bis auf dass es meiner Freundin nicht ganz gut geht. Erste Erkältung, dann Rückenschmerzen. Hätt sie lieber bei mir gehabt, dann hätte ich mit ihr ein bisschen mich um sie kümmern. Aber er ist jetzt bei sich daheim geblieben. So, er kommt dann, fahr rein. So. Ja. Und das Schöne ist, ich nehme gerade auf, jede Tour, die ich hier fahr, nehme ich gerade auf, egal wie lang sie ist. Und hier haben wir dann ein bisschen Videomaterial für YouTube. Also da können wir auch das Ganze dann nachher noch mal anschauen. Und ich habe auch unten neue Kanalpunkte, Lost Alarm und Auftragsinfo. Und pass auf, Pavel streamt jetzt über YouTube heute Nacht und über Twitch. Der hat es gepackt. Ah, cool. Na. Hoppala. Das geht nicht so gut. Alles klar. Krass. Naja. Alles klar, Fanta. Na. Auf jeden Fall haben wir euch noch ein bisschen was vor, ne. Also. Also ich versuche trotzdem noch die Mods dann noch auf die Equipmentliste drauf, äh, auf die Liste drauf zu bekommen, ne. Also ich weiß aber nicht, wann ich da fertig bin. Alter, die Walfee. Jetzt zum Kunden nach Hamburg. Ja, es wird eine ganz schöne Strecke, ey. Ja. Ich hoffe, du hast hier auf jeden Fall freie Fahrt, mein Lieber. Weil draußen, ich habe, während ich meine 45 Minuten gemacht habe, habe ich gerade mal unten aus dem Fenster rausgeguckt, ne. Ey, wir haben so einen Nebel vor der Haustür. Schon krass. Das ist schon krass. soo. Spannend. Ja, das war schon klar, das ist nichts wert. soo. Soo. Was willst du mit 40 hier hoch tuckern, ey? Ja. 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 Schrecher. Na. Ja. 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 Ich hab nach Glasgut. So, Und zum Glück haben wir kein Tatütatat mehr auf den Ohren. Ich glaube, es hat mir noch den Nerv geraubt. Nerv geraubt. So. 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 Wenn ihr was anderes hören wollt, sagt ihr Bescheid, ne? Na toll, super Songtext, ey. Ja. Hm, 441. Jetzt ist... Ja. 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 Wenn die jetzt noch mit der Promots kompatibel sind... in einem Kartenpaket, was ich nächsten Monat vorhabe... dann passt das. Ja. 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 Ah, ihr steht jetzt. Get with my light. Okay. Okay. Das sieht gut aus, und sieht gut aus. Das war's für mich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Bartalo, ciao, ciao.